Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Random Booster Opening. Ihr seht es schon wieder, drei Booster, einmal Schwert und Schild, das Base Set und zweimal gleich der Gebellen. Ich hoffe, das Video kommt noch vor dem neuen Set online. Nochmal kleiner Warm-Up, bevor es dann heftig losgeht mit Openings. Ich hoffe, es klappt so und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wir öffnen einfach mal die Booster. Ihr seht ja an der Seite wieder eingeblendet, was wir alles erreicht haben und ob wir ein Ziel erreichen. Ansonsten schreibt doch gerne mal rein. Ja, was meint ihr? Welches Ziel werden wir als nächstes erreichen? Und lasst natürlich gerne ein Like da, wenn es euch gefällt und wenn ihr mehr davon sehen wollt. Ist halt nur für zwischendurch was Kleines, denn wir wollen ja auch die heftigen Sachen öffnen. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir wieder Glück haben. Genau, wir gucken einfach mal, was in diesem Booster drin steckt. Wie gesagt, das wird sehr wahrscheinlich ein kurzes, knackiges Video. Wasser Energie. Der Swalong Dickie. Genau, das ist irgendwie eine der Karten, die ich nicht so oft gesehen habe oder selber gezogen habe. Hier seht ihr es ja, ich glaube, die fehlt mir sogar noch mit dem lustigen Diktri-Artwork da im Hintergrund. Wollte ich nochmal kurz drauf eingehen. Daumen, äh, Tausch. Daumen, Kottoni. Daumen, Zalanga. Daumen, Waldy. Daumen, Kwabi. Daumen, Kupfanti. Daumen, Reverse-Stern. Also Reverse wäre Noctu. Und, oh, Regirock-V. Hui, das fängt doch gut an. Das ist doch cool. Das heißt, erstes Booster-Pack, erste gute Hit. Auch wenn die V-Karte nicht viel wert sein wird, aber immerhin mal wieder eine V-Karte gezogen in diesem Format. So, und dann haben wir die nächste Möglichkeit, vielleicht was Gutes zu ziehen. Mal gucken. Eine Psycho-Energie, okay. Schauen wir mal. Mein Stab ist nur gerade verrutscht. Alter, der muss eh beiseite. Der kommt mal kurz aus dem Bild, weil wir hier einen Wang Gong haben. Das ist ja aus dem anderen Set. Kotturso. Die Geraldine. Das Schmerbe. Pikuda. Verlorsi. Luturzel. Fuganu. Reverse Yaro. Oh, Kotomi-V. Oh. Das ist aber cool. Und ich glaube, die fehlt mir sogar noch. Ho, 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 ho. Und passend dazu... Hey, wer hat's gedacht? Das ist der Arena-Leiter und das ist ja sein Signature-Pokémon. Man sieht's noch nicht mehr, glaube ich, weil jetzt hier die Texteinblendungen sind. Aber hier nochmal. Yaro. Und dann Kotomi. Das passt doch. Das passt doch perfekt. Und jetzt das letzte Booster. Da sind wir mal richtig schöne Booster. Yay. Geil. Und dann gucken wir mal, dass wir da vielleicht noch am Ende noch was Gutes ziehen. Mal gucken. Wir haben hier... Drei Hits. Vielleicht sogar, wenn wir Glück haben. Pack on Fire. Feuerenergie. Ein Sehrwoll. Akup. Safkon. Sankabu. Kulon Cat. Das Skunkapu. Pipi. Voltobal. Reverse Biermor. Oh, die erste Fullart in diesem Format. Es ist das Swolok V. Fullart. Geil. Geil. Oh mein Gott. Also so krasse Booster hatte ich wirklich noch nicht. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich jetzt ziemlich random gewesen. Ich dachte eigentlich, ich ziehe nichts. Aber okay. Wenigstens mal wieder geile Puls. Sehr schön. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Und wie gesagt, zum neuen Set. Hoffentlich auch mit so geilen Puls. Bis dann. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.